Hi Leute, heute geht es um Wellen der Ekstase. Ich habe in den letzten Wochen, seitdem ich hier bin, und auch schon, ja, wo ich in Deutschland war, in den letzten Monaten immer mehr gemerkt, dass sich so mein Zustand immer besser stabilisiert und ich immer mehr in den Moment reinkomme, immer bewusster werde. Und mir ist dann aufgefallen, gerade hier jetzt, ich war jetzt die letzten zwei Monate hier auf Sri Lanka in diesem Paradies einfach, und dann habe ich gemerkt, wenn ich einfach alleine bin, irgendwo im Dschungel, wenn ich mal diese ganze Person wegfallen lasse, all diese Gedanken, und das kann ich mittlerweile ganz schön beobachten einfach, was ich da so denke, und bin damit nicht mehr so identifiziert. Und dann habe ich beobachtet, wenn du einfach nur bist, wenn du nicht unter Anspannung bist, und wenn ich dann einfach diesen ganzen Stress, diesen ganzen Hektik, diesen ganzen Gedankengängen und all das, wo ich mich sonst so identifiziere mit, dieser Maske, dieser Persona, wenn ich das einfach nur fallen lasse, habe ich festgestellt, muss ich nichts anderes machen, sondern einfach wieder dieser Identifikation damit bewusst werden und einfach nur ins Sein wiederkommen. Es können sogar Gedanken auftauchen, aber in dem Moment bin ich mir dann bewusst, es sind nur meine Gedanken. Ich bin Bewusstsein und ich kann ja meine Gedanken beobachten. Wer bin ich, wenn ich meine Gedanken beobachten kann? Und dann ist mir aufgefallen, dass dann jede Zelle vom Körper einfach nur übersprudelt von Glück. Wenn ich einfach nichts mache, wenn ich einfach nur all diese Sorgen und Ängste fallen lasse, einfach nur bin. Jede Zelle sprudelt einfach nur über. Es gehen Wellen von Ekstase durch deinen Körper, wenn du einfach nur mal aufhörst, das aufrechtzuerhalten. Deine Maske, deine Person, all diese Sachen, wo du dich mit identifizierst. All diese Sachen wie Alter und gesellschaftlicher Status und dein Haus. Wenn du einfach mal Lux lässt von diesen ganzen Dingen und einfach nur bist in dem Moment, einfach nur bewusst bist, dann ist jede Zelle deines Körpers voll Glück. Und ja, andere würden sagen, du hast Drogen genommen oder sowas. Aber es ist einfach nur ein natürlicher Zustand. Und es ist genau das Gegenteil der Fall. Du musst nichts dazu machen. Wir machen ständig was, um einen Zustand aufrechtzuerhalten, um diese Person aufrechtzuerhalten, mit der wir uns über Jahre so identifiziert haben. Mit unserer Rolle, mit unserem Auto, unserem Haus, unserem gesellschaftlichen Status, mit, keine Ahnung, Klickzahlen, egal was. Mit diesem höher, besser, weiter, mit dem Vergleichen, mit dem Weckkampf, mit unserer Identität, die wir uns aufgebaut haben. Und in den letzten Wochen kamen immer öfter einfach diese Momente. Und wenn ich allein bin, einfach nichts tue, außer mal durchatmen. Und ja, umso mehr du dahin kommst, durch ganz einfache Methoden und Techniken, wie Atemtechniken, Meditationstechniken, umso mehr du dahin kommst, umso bewusster du wirst, umso mehr kommst du einfach in den Zustand automatisch rein. Ganz, ganz einfach. Du musst es einfach nur machen. Aber das ist halt wie ein Instrument zu lernen. Es ist nicht so, dass du ein Buch liest, da kommen dann immer Leute und sagen, ey, was soll ich denn machen? Soll ich die Technik machen, die Technik? Probieren das eine aus, das andere aus. Es geht darum, dass du einfach kontinuierlich was machst und dauerhaft da dran bleibst. Wenn du ein Instrument lernen willst, dann musst du anfangen zu üben und musst einfach dabei bleiben und dann wird es immer besser und du lernst das Instrument kennen. Du lernst das Instrument nicht dadurch kennen, dass du ein Buch liest. Du kannst tausend Bücher lesen, du liest noch ein Buch mehr. Du wirst nie erfahren, wie es ist, das Instrument zu spielen. Du musst das Instrument spielen, sonst lernst du es nicht. Ja, keine tausend Bücher bringen da was. Und wenn du eben weiter gehst, einfach die Meditationstechniken beibehältst oder Atemtechniken, irgendwann wird der ganze Alltag zur Meditation. Und du brauchst keine Meditation an sich mehr, weil alles sollte zur Meditation sein. Und dann kommst du an den Punkt, dass du immer bewusster wirst, du kannst diese Person immer besser wahrnehmen, immer mehr fallen lassen. Und dann merkst du, dass Glück einfach dein Normalzustand ist. Jede Zelle deines Körpers ist glücklich, wenn du einfach mal das Anspannen fallen lässt. Also vielleicht kennst du das auch vom Zahnarztstuhl so, du hockst da irgendwie drauf und total verkrampft. Und eine halbe Stunde, du hast nichts gemacht und du bist einfach total durchgeschwitzt. Nichts gemacht. Und andererseits bewegst du dich ganz locker und machst irgendwas als Kind. Und da hat mir, glaube ich, jemand erzählt, dass es sogar bewiesen ist, dass Kinder während der Bewegung entspannen. Wenn du einfach nur entspannt sitzt, dann sprudelt jede Zelle vor Glück über in deinen Körper. Das sind diese Wellen der Ekstase. Und mit Drogen kannst du zum Beispiel diesen Zustand auf Knopfdruck erzeugen. Aber das kannst du auch auf Knopfdruck selber erzeugen, wenn du bewusst bist. Ich habe mal so ein Video von so einem Jogi gesehen und der hat auch gemeint, so, Are you an Push-Star oder Self-Star? Früher musste man bei den Autos kurbeln. Und ja, musstest du ankurbeln, um was zu erzeugen. Und heutzutage, zack, Knopf an, fertig. Und du kannst diese Zustände alle in dir selber erzeugen. Ja, das ist alles da. Du brauchst keinen äußeren Trigger dafür, keinen äußeren Auslöser. Genau. Das wollte ich heute einfach mal loswerden. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.